Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Aufbleiben. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Bleibt auf. Blieb auf. Ist aufgeblieben. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich bleibe auf. Du bleibst auf. Er bleibt auf. Wir bleiben auf. Ihr bleibt auf. Sie bleiben auf. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich blieb auf. Du bliebst auf. Er blieb auf. Wir blieben auf. Ihr bliebt auf. Sie blieben auf. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin aufgeblieben. Du bist aufgeblieben. Du bist aufgeblieben. Er ist aufgeblieben. Wir sind aufgeblieben. Ihr seid aufgeblieben. Sie sind aufgeblieben. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bleibe auf. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bliebe auf. Du bliebest auf. Er bliebe auf. Wir blieben auf. Ihr bliebet auf. Sie blieben auf. Den Schluss macht der Imperativ. Bleibe auf du. Bleiben auf wir. Bleibt auf ihr. Bleiben auf sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb aufbleiben. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Soil. Ich bin auch sicher. Schauen wir es mir. 알�et ihr. Schauen wir es dir.